welcome back ladies and gentlemen ich bin salp psycho ich bin wieder am start mit einem weiteren video und ihr seht bereits wir finden uns heute in wunderschönen fasmo und zwar im wunderschönen willow street aussehen also in der willow street für den heutigen für das heutige video habe ich wahnsinn ausgewählt und bevor ich mit dem video startet dickes herzchen für das herzchen in die kommentare oder für die kommentare ihr habt mir geschrieben wie ich anschauen kann was sich hinter wahnsinn befindet sprich benutzerdefiniert voreingestellt wahnsinn auswählen und da kann man das ganze einsehen habt ihr mir schon mal in die kommentare geschrieben ich habe es wieder vergessen gehabt aber danke dafür nochmal und bezogen auf die changers habe ich auch einen kommentar bekommen und zwar es wurde sich gewünscht dass ich jede woche ein video mit allen drei runs sozusagen rein macht vielleicht sogar noch mehr praktisch da ich euch das zusammenschneide und dann eben jede woche diese wöchentliche challenge macht das den gedanken oder das fand ich eigentlich ganz gut diese idee und das werde ich dann auch dementsprechend machen insofern es möglich ist wenn ich jetzt merke okay ich mache zehn runs habe noch nicht noch gar nicht also 0 von 3 wird es ein bisschen schwer das alles in ein video zu packen aber insofern es möglich ist werde ich es gerne machen jetzt sagen wir erstmal corey robinson wir müssen während der jagd räuchern wir müssen den bereich reinigen und braucht ein foto vom geist und ich fand es ganz interessant als ich jetzt die einstellung angeschaut hat und wahnsinn punkt 1 abnahm rate der sanity 200 prozent das war mir vorher nicht klar das ist auf jeden fall spannend start sanity 75 prozent habt ihr mir aber auch schon in die kommentare geschrieben gehabt ist auch spannend sanity wieder herstellungsrate 20 prozent fingerabdrücke in 200 prozent da außer natürlich beim obarke aber sie halten 60 sekunden also das sind so die schwierigkeiten natürlich ein beweis ist auch eine schwierigkeit aber ja versteckt müssen wir suchen aber das mit der 200 prozent abnahmerate das finde ich böse das finde ich böse vor allem wir starten ja nur bei 75 prozent und manche geister können schon so ab 60 70 jagen dementsprechend danke dementsprechend ist das gar nicht mehr einfach überhaupt nicht einfach und wir brauchen versteck hier ist kein bücher brett auch kein spiegel hier sind keine verstecke weil das hier ist kein versteck solange hier vor das brett nicht ist ich habe schon so häufig gesehen dass sich leute dort versteckt haben aber auch überlebt haben muss man sagen also es ist kein flipp aber ja man sollte sich nicht wundern wenn man doch mal stimmt okay also wir hatten keine tarot karten wir hatten keine spiel uhr kein bücher brett und kein spiegel wir könnten pipi haben oder unten das pentagramm versteckt könnten wir noch hier hinten haben oder hier natürlich auch unten die tonne ok let's go neun grad aber ich glaube er das hat sie noch nicht repariert gehabt deswegen hat mir neun grad hier ist kein versteck und da haben wir einen rauchmelder cool ja noch nie so wirklich darauf geachtet glaube ich 10 grad plus minus ist zu warm begeister raum deswegen gebe weiter bei sonst neun grad könnte ja sein bei unter 10 grad und das war früher so die regel hier mehr ein versteck und das mag ich sogar ich kenne der schuh wurde bewegt und ich wurde ausgedacht von dem teddy diesem teddy und hier ist der schuh also ich würde mal spontan behaupten es ist hier drin wir müssen hier ein bisschen auf unsere sanity aufpassen wir müssen ein bisschen taktieren ich hätte gerne den er den einbeweis bevor der geist ja wir könnten jetzt schon ungefähr auf 70 wenn ich sogar sogar schon richtung 60 prozent gehen da könnten manche geister schon hunting range sein da muss man gut aufpassen deswegen ein bisschen licht an machen wir können sie nicht einsehen aber die sanity sind niedrig okay dann nehmen wir die beiden mit wir müssen runter in den keller für das pentagramm und die knochen brauchen wir auch noch ja das macht alles nicht so ganz einfach wir werden ich werde einfach jetzt hier in der garage das licht ausmachen und das dann für unten nehmen dann können wir da ein bisschen sanity sparen sollten wir den knochen nicht finden ist auch nicht schlimm wobei verflusses objekt gibt ja gar nicht den wahnsinn oder bin ich da jetzt ganz das gibt ja gar nicht ich vergesse immer in welchem modus jetzt verflusses objekt da so oder nicht gut aber dann ist mir jetzt auch erst mal der knochen egal ein dreier und welchen sonst hat er hier noch nicht viel gemacht er wirft die ganz er bewegt die ganze zeit gegenstände schon wieder was und da schon wieder was okay sehr aktiv könnte vielleicht richtung poltergeist gehen muss man jetzt mal so im auge behalten den ball nehme ich mit einfach weil ich es kann problematisch ist dass mein versteck in dem raum drin ist das macht's nicht ganz so einfach denn wenn jetzt der geist spontan jagt normalerweise wenn er spontan jagt du hast kein räucherstäbchen läufst du zügig in dein versteck wenn aber dein versteck ein geist darum ist und er jagt spontan dann reicht diese zeit nicht aus da bist du spontan tot das macht ein bisschen schwieriger aber machbar poltergeist ist momentan in der überlegung einfach weil die frequenze erhöht das in kleineren gebäuden und erwirft schon sehr viel aber irgendwie ist es mir zu wenig für poltergeist wo bist du wie alt bist du bist du hier zeigt ich wo bist du wie alt bist du bist du wütend bist du hier zeigt dich wo bist du wie alt bist du nix halbes und nix ganzes ich glaube der geist wird auf jeden fall nicht einfach der wird tricky aber durch die lichter können wir zumindest ein bisschen sanity sparen das gut ich hatte mir heute ursprünglich auch überlegt gehabt nach sunny meadows zu gehen ernten für das neue verfluchte objekt findet man in sunny meadows die wünsche und da hatte ich mir überlegt ob wir da reingehen aber das sehe ich mir für nächste woche auf und heute wollte ich einfach ein bisschen wahnsinn zocken und ladies and gentlemen in zwei wochen ist also jetzt inzwischen weniger eineinhalb wochen wird ein update rauskommen aufs team und dort seht ihr da auch die wünsche ihr braucht ihr braucht die wünsche nicht unbedingt um sie auszusprechen also es reicht wenn ihr wisst wie der wort laut ist dann könnt ihr sie auch schon nutzen aber ja ohne die zettel weiß man in der regel oder häufig nicht was das für ein wunsch ist deswegen lohnt es sich dann aus der med auszuschauen aber sonst innerhalb von einer eineinhalb wochen steht es dann auch auf steam also in den patch nutzt drin dann seht ihr da die wünsche und dann reicht das auch aus da müsst ihr nicht mehr dass dann immer das in die zettel suchen aber bis es soweit ist möchte ich es natürlich auch noch machen aber das gibt es dann nächste woche wir haben jetzt alles drin dort buch jetzt nach wenig geschaut wobei wir hatten wir haben zwar schon auf nichts geschaut aber wir konnten noch nicht kontrollieren werden noch keine tüge hat das wäre gut dort oder fingis würde ich beides feiern würde ich beides feiern das buch hatte ich das da hingelegt oder wirst bewegt das ist echt eine interessante frage ich habe keine ahnung überhaupt sehe ich nicht könnte natürlich auch sein dass er bereits den geistern gewechselt hat da müssen wir aufpassen und deswegen gehe ich jetzt mit räucherstäbchen rein und schau mal wo bist du außen ist es warm hier geister am temperatur ja nein vielleicht ja nein vielleicht auf jeden fall ein ganz klares ja ich will die jetzt mal hier so ein bisschen um platzieren und zwar hierhin und meine video-cam hier hinter weil ich gerade spannend finde der geist war sehr aktiv jetzt ist er gerade sehr inaktiv da geht natürlich die überlegung so ein bisschen richtung teil wen ich konnte mir immer noch nicht kontrollieren werde jetzt noch mal die box checken wo bist du wie alt bist du bist du hier zeig dich wo bist du aber ein gegenstand aber ich dachte kurz für einen kurzen moment wir haben dort wir haben dort nur in reihe dachte wirklich kurz wir haben dort hat hier so einen schatten gesehen so ein shadow nur baue du kleine ratte alter ich habe vorher ghostwitchers aufgenommen deswegen bin ich schon ein bisschen zittrig und jetzt kommt er auch noch hier mit diesem jumpscare was ist denn los mit ihm die machen mich narrisch die machen mich alle narrisch in jedem spiel sind jetzt asozielle geister die gemein sind es ist doch voll gemein und da wurde die tür geöffnet aber ein problem ist ich werde es wahrscheinlich nicht da hinkommen wir können jetzt noch wir können es noch kontrollieren über die uhr eben erst belegt wir sind in unter einer minute da aber wenn er jetzt gleich ja haben ein problem wir könnten in hunting range sein deswegen wird das gleich sehr gefährlich hier zu schauen ob wir fingis haben deswegen werde ich jetzt hier auch dich droppen und jetzt schauen wir mal keine fingis keine fingis alter warum ja ich weiß das war zu spät aber wieder die tübe weg auf jeden fall dass er jagt dass wir die räucherstäcke dabei haben mit feuerzeug hier ist alles clear hier ist das könnte zwar immer noch sein dass es ein obake ist der zweimal hintereinander jetzt keine fingerabdrücke hinterlassen hat wäre durchaus möglich ganz klar aber wir müssen wir brauchen einen anhaltspunkt wenn wir jetzt noch keine fingis hatten können wir das schon mal so gedanklich ausklammern also was wäre plausibel momentan finde ich wäre plausibel dort einfach und eins weil ich gedacht hätte ich hätte dort und zwei will das zum goreo passen der ja territorial ist aber dann hätte ich die das mit bloßem auge nicht gesehen dass wir sich eigentlich raus streichen ich habe jetzt schwierigkeiten den ersten beweis zu finden im zweifel wenn man keinen beweis findet ist meine devise eben fünf naja dann ist da waren dort ok jetzt bin ich mir nur nicht mehr sicher habe ich die bloß im auge gesehen hatte denn hätte ich sie gesehen der goreo raus also gespenst brauchen wir dann seien die banshee so ein bisschen ausschussverfahren für phantom wäre jetzt das foto super gewesen wenn jura ist zu wenig roman die aus raus weil wir keine box haben wir hatten kein hauch event wird normale events deswegen ist der uni noch mit drin ja eine jagd räuchern brauchen wir für die quest ab jetzt versteckt auf die geschwindigkeit hören ansonsten video kam in die hand um zu schauen ob es ein goreo ist beziehungsweise wir können jetzt schon mal schauen ob es ein goreo ist und ja also ich bleibe jetzt hier draußen einfach damit wenn der jagd startet ich nicht direkt in seiner frazer bin aber hier können wir jetzt auch wunderbar nach dort schauen wenn es ein goreo ist können wir hier mit bloßem auge auch keine dort sehen können wir nur mit dem video camp deswegen sollten wir gleich dort sehen es ist kein goreo mehr ich habe gerade irgendwie so ein bisschen den teil in der überlegung ihr foto gemacht er ist noch da kein phantom was ich aber sagen wollte ich habe gerade den teil das war in farbe vielleicht könnte das sogar ein uni sein das eine war zwar eine schatten gestalt aber das war in farbe und ich habe ihn zweimal gesehen bevor ich ihn geräuchert habe müssen wir aber ich bin eigentlich beim teil gerade du bist raus weil ich mir sehr langsam vorkam und ich war schon eine gewisse zeit im geisterraum wir haben jetzt wir waren noch 20 prozent sanity er hat erst relativ spät gehackt ihr habt das jetzt gerade mitbekommen wir haben jetzt 40 prozent 40 sag ich schon 80 prozent sanity aufladen können was bedeutet wir hatten entweder 20 oder 30 weil da gibt es so ein puffer von zehn prozent 30 prozent welcher dieser geister jagt sehr spät oder kann sehr spät jagen teil unter anderem er kann auch sehr früher aber wir waren jetzt lange im geisterraum somit ist er schön lange gealtert das würde vielleicht erklären wieso er erst so spät gejagt hat haben für teil um den jetzt gut heraus zu bekommen müssen wir im geisterraum sein sprich ihn altern lassen dann eine jagd und dann immer weiter ich nehme jetzt ja wobei platziert erst mal hier das salz für das gespät dann haben wir doch das kruzifix dabei für ja eben und mich goreo werden wir durch die videokamera ausfinden yokai ist wieder bisschen ausschlussverfahren yokai ist nämlich ihr wisst es ja selber yokai ist nicht einfach so ich platziere es hier angeblich wo gibt es jetzt neue visuals beim kruzifix deswegen bin ich da gleich mal sehr gespannt so salz und salz und salz direkt reingetreten hier fußabdruck wir können auch mal mit der hoffanuppe schauen hier wunderschöne füßes wobei wunderschön ist relativ gespätztes raus jetzt war natürlich ein hauch event noch ganz gut um die uni auszuklammern aber uni falls es noch mehr zu näher kommt können wir den uni auch daran zum bisschen erkennen oder wenn noch events kommen wenn zu viele in der schatten gestalt oder spektral gestalt sind ich habe mir uni geistig ausklammert also so ne warum habe ich mit vorherzeit gedroppt ich dachte das hätte ich reingeworfen aber ich bin mir nee das habe ich in die haustür gelegt also gelegt geworfen genau das ist die aktivitätsrate diese hohe aktivitätsrate zu beginn und danach die tatsache dass es weniger wurde könnte auch auf den teil schließen das buch wurde bewegt das ist logischerweise unbeschrieben werden wir nur ein beweis ich werde mich dann hier hinten schön und wird gemütlich darauf warten dass ich ein banshee drei krieg oder sonstiges also gespenst ist raus das hier ist noch unsere auswahl yokai schwierig auszuklammern ihr wisst es ja selber uni auch schwierig auszuklammern insofern man nichts hat was komplett gegen ihn spricht weil ich kein hauch event hatte ich hatte ihn zweimal vom räuchern gesehen könnte normal sein das könnte aber auch richtung uni gehen den man öfter gesehen hat den sieht man ja länger jetzt natürlich die große preisfrage ist einfach nur die frequenz höher oder die dauer aber soweit ich weiß müsste nur die dauer erhöht sein gorio werden wir gleich durch die videocam ausschließen können oder confirm je nachdem ja das war's das war's aber ich bin sehr beim teil hat jetzt natürlich den nervigen beigeschmack es wird lange dauern bis sie nicht hier nächstes jahr gestartet das ist auf jeden fall von nachteil aber jetzt erst mal hier nach dem gorio schaue das mache ich selbstverständlich außerhalb denn wenn ich jetzt da reingehe haben wir das problem dass er keine dots zeigt hier draußen kann nicht wunderbar die dort sind sagte kam ich sehr langsam vor während der jagd und es könnte wirklich ein teil sein der schon geschwindigkeit eingebüßt hat aber zu 100 prozent weiß ich es nicht dass wir hier so selten dort sehen das könnte eigentlich auf dem gorio deuten dass dieses intervall diese frequenz gering ich habe keine dots mit bloßem auge gesehen bin ich jetzt ganz doof haben wir ein gorio wir haben gorio ich habe schon wieder keine dots mit bloßem auge alle guten dinge sind drei lesen genuinen ich habe schon alle guten dinge sind drei lesen genuinen ich stehe mich jetzt so hin dann sehe ich mehr oben vom bild ich habe gerade keine dots gesehen das territorium da wieder keine dots wir haben gorio schade ich hätte mich sehr über ein teil tatsächlich gefreut aber guten teil hätte die erste jahr früher begonnen ein teil kann wenn er noch jung ist sehr früh jagen wenn er altert sehr spät also da gibt es dann teilweise glaube ich sogar runter auf 20 prozent wenn man in deutschland die erste jahr kann so ab 70 vielleicht sogar noch höher sein ich glaube 70 80 in der richtung deswegen hier war noch mal schatten gestalt zweimal schatten gestalt somit könnte man jetzt an dieser stelle oder würde ich jetzt an dieser stelle den uni ausklammern banshee wert sind demnach noch drin yokai ja gut teil könnte man wirklich raus streichen weil die jagd sehr spät war müsste man schauen aber ja es ist der gorio der gorio deswegen würde ich sagen lassen wir düsen ab wir hatten jetzt genug events mein herz macht das langsam nicht mehr mit alter vater erst mal schöne höhlen tour in sons of the forest danach noch mal ghost watchers richtig rasiert worden und jetzt noch in fast nur diese ganzen jumpscares ich bin fertig mit den nerven ich bin fertig ich brauche eine pause ich brauche was für essen so schauts aus so kurios eingetragen schauen wir mal ob wir richtig liegen wir haben jetzt den knochen nicht dabei das ist natürlich sehr sehr doof das ist schade aber zumindest haben wir ein paar fotos gemacht auch ein geisterfoto dabei schauen wir mal liegen wir richtig ich da kann inzwischen meinen augen wieder vertrauen das freut mich sehr 10 5 5 ok wir kriegen ordentlich cash wie gesagt da muss ich mir noch überlegen wie ich das ganze da machen mit der mal mit der apocalypse challenge aber ja ob wir das an den sonntagen machen oder die andere challenge an sonntagen oder wechseln ja da muss ich einfach mal schauen unbedingt mal schauen mit den videos aber apocalypse wird auf jeden fall kommen vielleicht dann sogar schon die selber challenge dass ich versuchen werde aber vorher wahrscheinlich dann erstmal nochmal die bronze aber ihr seht das ja wie gesagt wenn ihr selber ideen dazu habt oder irgendwas gerne hätte gibt gerne bescheid schreibt es in die kommentare dann kann ich das vielleicht mit einfließen lassen darauf eingehen oder vielleicht ja habe ich dann eine zündende idee wie es funktionieren könnte ansonsten könnt ihr gespannt sein auf die videos haut rein bis dann